Hallo ihr Lieben, heute machen wir ein super leckeres One-Pot Gericht, dazu auch noch ruck zuck in unter 30 Minuten zubereitet. Und zwar machen wir eine ganz leckere Bratwurstpfanne Jägerart mit Gnocchi in einer super cremigen leckeren Soße. Und das Rezept und die Mengenangaben findet ihr wie immer unten in meiner Videobeschreibung, also schaut da mal rein. Und wie das Ganze zubereitet wird, na das seht ihr wie immer jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigt ihr ein Paket Gnocchi, 200 Milliliter Brühe nach Wahl, ich habe hier Rinderbrühe verwendet, 200 Milliliter Sahne, ich verwende hier die 7%-ige Kochsahne, dazu kommen 400 Gramm Champignons in Scheiben geschnitten, 4 Brustbratwürstchen in Scheiben geschnitten, etwas Knoblauchgewürz, Salz und Pfeffer. Als erstes gebt ihr etwas Öl in eine große Pfanne. Ich empfehle euch hier eine 32er Pfanne zu verwenden, da eine 28er eventuell etwas zu klein sein könnte. Falls ihr keine so große Pfanne habt, schaut gerne mal in meine Videobeschreibung, da ist ein Link vorhanden. Und jetzt braten wir die Bratwurst in heißem Öl an. Die Pfanne solltet ihr in diesem Fall auf höchste Stufe stellen. Bei mir ist das Stufe 9 von 9. Dann die Bratwurst einmal richtig gut in der Pfanne verteilen, damit sie auch schön einzeln und nicht übereinander liegen. Deshalb ist es hier auch vom Vorteil eine etwas größere Pfanne zu verwenden. So, die Zutaten, die habt ihr ja jetzt schon gesehen und jetzt ein ganz kleiner Tipp, macht die Pfanne wirklich auf höchste Stufe um die Bratwurstscheiben richtig schön von beiden Seiten an braten zu können. Außerdem braten wir da drin ja dann hinterher auch die Champignons und die brauchen auch richtig Hitze, damit sie ihr Wasser verlieren und schön braun werden. Mehr dazu später. Ja und dann geht es jetzt los mit der Zubereitung. Das Braten der Bratwurst dauert auch wirklich nicht lange, maximal so vier Minuten. Sie sollte von beiden Seiten richtig schön kross braun angebraten sein. Und bei der hohen Temperatur geht das wirklich relativ schnell. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Die Bratwurst von der einen Seite braun ist. Einmal alle Scheiben wenden. So und bevor die Wurst von der zweiten Seite richtig braun ist, kommen schon mal die Gnocchis dazu. Denn die wollen wir jetzt mitbraten. Und die Pfanne lasse ich wirklich die ganze Zeit auf höchster Stufe. Jetzt wird einfach öfter gerührt, damit nichts anbrennen kann. Denn die Gnocchis, auch die möchten wir richtig schön braun haben. Das dauert jetzt auch noch mal so ungefähr drei Minuten lang. Und nicht vergessen immer wieder zu rühren, denn sonst verbrennt es. So die Pfanne, die würze ich jetzt erst einmal nur mit Paprika edelsüß. Und dann das ganze unter mehrmaligem Rühren richtig schön weiterbraten, bis die Gnocchi auch richtig gebräunt sind. Die müssen jetzt nicht richtig dunkel werden, aber sie sollten schon eine schöne bräunliche Farbe bekommen. So und wenn das ganze jetzt so aussieht wie bei mir, die Gnocchis haben jetzt auch eine schöne goldbraune Farbe, dann nehmen wir alles aus der Pfanne heraus, geben es in eine Schüssel oder auf einen Teller und stellen es erst einmal beiseite. So und wenn ihr jetzt alles aus der Pfanne raus habt, dann ist ja nur noch ein ganz minimales kleines bisschen Öl in der Pfanne und das lasst ihr auch so. Kein zusätzliches Öl bitte. Jetzt gebt ihr auf ganz hoher Stufe, wie gesagt, die Champignons in die Pfanne und dann lasst ihr die erstmal einen Moment braten, damit sie ihr Wasser verlieren können. Und dann gebt ihr ein klein bisschen Salz drüber. Dadurch entziehen wir den Champignons dann das ristliche Wasser und dann lasst ihr das ganze so lange braten, bis es richtig schön braun geworden ist. Wie gesagt habe ich jetzt kein zusätzliches Öl mehr in die Pfanne reingemacht und gebe jetzt die Champignonscheiben hinein. Das ganze unter ständigen Rühren erstmal schön in der Pfanne verteilen und ein bisschen Wasser ziehen lassen. Das ist ganz wichtig, damit die Champignons hinterher nicht zu labberig und wässrig schmecken, denn wir wollen die ja auch schön braun bekommen. So und jetzt schon ziemlich zu Anfang gebe ich so zwei, drei Prisen Salz darüber, denn dann verlieren die Champignons noch viel schneller ihr Wasser. Wichtig hierbei ist auch, dass die Pfanne wieder auf höchster Stufe steht. Und wie ihr hier seht, werden die Champignons schon richtig schön braun. Und von den Champignons bleibt nicht wirklich viel in der Pfanne übrig, denn wenn die ihr Wasser verloren haben, bleibt vielleicht noch maximal ein Drittel von dem, was jetzt da ist. Die Pfanne immer wieder schwenken und immer wieder rühren. Das ist das Allerwichtigste, denn wir wollen ja nicht, dass uns die Champignons anbrennen. So wie ihr hier sehen könnt, ist das Volumen schon deutlich kleiner geworden. Von den vielen Pilzen ist jetzt nicht mehr viel zu sehen, aber genau das wollen wir erreichen. Jetzt bekommen wir den typischen Brateffekt an die Champignons. Die werden jetzt richtig schön braun und entfalten ihr gesamtes Aroma. Und das schmeckt hinterher wirklich fantastisch. Das ganze, das dauert wirklich ein paar Minuten. Die Champignons, das merkt ihr, wenn die kein Wasser mehr haben, dann werden die richtig schön braun und auch ein bisschen kross. Und genau das wollen wir erreichen. So sehen die doch jetzt schon wunderbar aus. Tolle Farbe haben sie bekommen, sind richtig schön braun geworden. So und jetzt haben sie genau die richtige Farbe. Jetzt kommt die Nyokis und die Bratwurst wieder zurück in die Pfanne zu den Champignons. Und das Ganze jetzt unter ständigen Rühren noch mal schön zusammenbraten lassen. Die Herdplatte könnt ihr jetzt allerdings auch herunterschalten und zwar nur noch auf halbe Kraft, circa Stufe 5 von 9. Und immer wieder auch mal kurz durchschwenken, damit sich alles gut in der Pfanne verteilen kann. Und jetzt fangen wir mal an zu würzen. Wir würzen das Ganze mit ein bisschen Salz. Nicht zu viel, weil wir ja nachher noch Brühe dran machen. Natürlich darf auch etwas Pfeffer nicht fehlen. Da müsst ihr einfach sehen, wie scharf ihr es am liebsten mögt. Das ist immer individuelle Geschmackssache. Und dann gebe ich an das Ganze jetzt auch noch ein bisschen Knoblauchpulver ran. So circa einen halben Teelöffel. Jetzt wird das Ganze einmal gut miteinander verrührt, damit sich die Gewürze auch richtig gut in unserem One Pot Rezept verteilen können. Ja und wie das leider manchmal so ist, habe ich glatt vergessen eine Szene aufzunehmen. Und zwar wie die Soße angesetzt wird. Aber ist nicht schlimm. Ich erzähle euch das jetzt einfach kurz. Das ist auch kein Hexenwert. Ist ganz einfach. Ihr gebt einfach die 200 Milliliter Brühe und die Kochsahne oder Schlagsahne, je nachdem was ihr verwenden wollt, in die Pfanne und lasst das Ganze einreduzieren. Und viel mehr ist da auch nicht dran. Leider vergessen aufzunehmen. Ja und jetzt geht es weiter mit dem Rezept. Viel Spaß. Ja und wie gesagt, die Soße ist jetzt leider schon drin. Ich habe einfach nur die Brühe und die Sahne dazugegeben und unter mehrmaligen Rühren auf mittlerer Stufe richtig schön einreduzieren lassen, damit alles schön cremig wird. Denn wir wollen ja eine richtig schöne cremige Soße. Und damit wir diesmal nicht mit Soßenbinder oder Speisestärke andicken müssen, lassen wir das Ganze richtig schön runter reduzieren. Ja und wie ihr jetzt seht, ist das Ganze schon richtig schön einreduziert und zu einer cremigen Soße geworden. Und genau so sollte das Ganze jetzt auch aussehen. Und es duftet einfach wunderbar nach Pilzsoße. Manchmal würde ich mir wirklich Geruchsfernsehen für euch wünschen. So, die Herdplatte stelle ich jetzt aus und lasse es nur noch kurz reduzieren. Und das macht ihr einfach so lange, bis die gewünschte Konsistenz der Soße für euch erreicht ist. Das ist bei mir jetzt soweit. So, trotz kleiner Pannen hoffe ich, das Rezept hat euch heute wieder gefallen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder bei mir einschaltet. Und schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung, denn da findet ihr auch Amazon-Links, mit denen ihr mich wunderbar unterstützen könnt. Wie das alles funktioniert, habe ich in die Videobeschreibung geschrieben. Ich freue mich über jeden, der über meine Links bestellt. Vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ja und natürlich möchte ich euch das leckere Ergebnis auch nicht vorenthalten. Hier ist es das tolle One Pot Rezept. Bratwurst Pfanne Jäger Art mit Gnocchi in cremiger Soße. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ja, ich hoffe mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Ich freue mich schon auf euch. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.